Hallo und herzlich willkommen zurück in den Katakomben ähm von Warrior Within ähm ja Standbild ach nö ok es geht weiter ähm ja wir haben in der letzten Folge ein wunderschönes Intro gesehen äh ein Intro sei jetzt schon eine wunderschöne Zwischensequenz die uns verkündet hat hey du brauchst eine Maske denn sie wird ein Teil von dir du bist Sido und brauchst eine Maske ja ähm und ich geb's zu ich hab mich nochmal belesen ja ganz kurz zwischendurch die Stelle eben gerade mit den der Hacker war zum Glück nicht die Stelle wo ich den Rayman Handschuhe bekomme nein aber die kommt gleich äh ja es tut mir leid aber da musste ich jetzt mal kurz mich selber ein bisschen spoilern nochmal kurz nachgucken wie gesagt das Spiel als solches kenn ich noch aber ich wollte halt den haben damit ihr was auch davon habt äh was für ein komisches wirres Deutsch nicht na toll du schon wieder du lässt mich auch nie in Ruhe oder äh äh so ja wunderbar ach schade jetzt hab ich nicht gehört was er gesagt hat äh oh man okay lass den Zeitstrang irgendwas irgendwas okay du hast mich wieder mal erwischt du bist mein Held ich benutze nochmal den Sand vielleicht hab ich ja Glück wow knapp okay äh Fässer kaputt machen geht mir aus dem Weg ihr Fässer bäh ich hab doch keine Zeit rum hier Bläh weiter nach oben noch weiter nach oben oh mein Gott ja während man hier vom DHK verfolgt wird darf man dann jetzt gleich auch noch diesen Handschuh sammeln ull oh scheiße oh scheiße Oh mein Gott Und jetzt springen erst Okay Schalter Wasser, 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 Wasser Hintern ist Wasser Mein Gott Ich habe wieder fast meinen gesamten Sand verbraucht Aber zumindest sind wir schon mal den Dakar eben gerade mal los Okay, hier der Block raus Und es geht eine Etage tiefer, hier waren wir aber schon, aber jetzt haben wir hier Wasser angemacht Wasser ist gut Klar, das kaltes Wasser Okay, dort hinten haben wir noch einen Schalter und dort haben wir noch einen Schalter Jede Menge Schalter, um dorthin zu gelangen Und kein Speicherpunkt in der näheren Nähe In der näheren Nähe auch nicht schlecht, ja Ja, kein Speicherpunkt in der näheren Nähe der Nähe Okay, wir sollen hier hinten hoch Da kommen wir aber so nicht hoch Aber wir haben in der Mitte hier was hochgefahren Ja, vielleicht hilft uns das ja hier mal ein bisschen weiter Nee, hier kommt man nicht hoch Hm, okay, dann heißt ich wohl mal wieder überlegen, wie wir das hier am besten schaffen können Denn ich habe gerade null Ahnung, wie ich das am besten machen kann Geht das, wenn nicht von hier aus? Nein, da komme ich auch nicht hoch Und jetzt ist es alles so verflucht hell Nicht Scheiße, ich sehe hier keinen Weg Oder soll ich wieder nochmal hier den Weg, wo er da kam, mich verfolgt hat, entlang laufen? Ich habe null Ahnung Oh, da ist er wieder, da ist er wieder, da ist er wieder Ah Lass mich in Ruhe Ah, hier, diese Stelle Nein Und ich habe keinen Sand mehr, weil ich zu dumm bin zum Springen drücken Gut, hier soll man sofort nach links laufen und nochmal nach links laufen Ja, okay, das hat sich dann damit erledigt Tolle Wurst Schön, dann werden wir das nochmal angehen Hm, 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 ja, nochmal Mal schauen, wo der Zwischenspeicherpunkt war Oder muss ich jetzt alles nochmal von vorne machen? Okay, hier war der Zwischenspeicher, äh, Mann, Zwischenspeicherpunkt Mein Deutsch ist heute echt wunderbar, nicht Irgendwie Okay, so, dann verfolgst du uns jetzt nochmal Und ich weiß ja, hier gibt es den Rayman-Handschuh und den möchte ich jetzt auch haben So, hier drüberspringen Ja, so drüberspringen, dass man erstmal wieder runterfällt, ey Oh, Mann, hier nach links Nochmal nach links Waffenständer kaputt machen Aufsammeln Rayman-Handschuh, wuhu Laufen, 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 laufen Äh, oh, doch runter her Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Da, seht ihr den tollen Rayman-Handschuh? Ja, das ist er, das ist er Und jetzt muss ich das hier nur noch überleben Oh, drückt mir die Daumen, drückt mir die Daumen Drückt mir die, oh ja, genau, ich sitze euch noch hier hoch Der DAK verfolgt mich auch nicht Nein, ganz und gar nicht Äh, und nochmal eine Tasche höher Komm schon, ich hab diesen weißen, wundertollen Handschuh Den will ich behalten Und ich habe keinen Zeit, äh, keinen Sand mehr Um irgendwie zurückzuspulen oder Sonstiges Das ist schön Nicht Hier rüber Da rüber Komm schon Ranspringen, runter Oh, 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 der ist schon wieder so nackt Der ist schon wieder so nackt Oh, der ist so nackt, der ist so nackt, der ist so nackt Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott Wie weit wir hier laufen müssen Nur für einen Handschuh Und das alles nur für einen Handschuh Mach das, mach an, mach Wasser Ja, danke, danke, danke Nein, 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 nicht wieder zurück Nicht wieder zurück, böser Prinz Juhu, wir haben den Remenanschu Groß, weiß, toll Remenanschu Yeah, hey Äh Moment Ach nee, hier kann ich das zeigen Okay, da müsste ich wieder ins Hauptmenü zurück Nein, nein, nein Nein Nein, nein, nein Das ist jetzt nicht geschehen Nein, das ist jetzt wirklich nicht passiert, oder Leute Ist mir das jetzt passiert? Bitte, bitte, bitte Lass ihn direkt danach Nein Okay Nochmal Verfolgungs-Action Nochmal Handschuhe besorgen Hey, hey Weil ich zu blöd bin, um die richtige Taste wieder mal zu drücken Oh, ist das schön Nicht Im Grade, nein Während einer Verfolgungsjagd noch ein Special zu sammeln Und, äh, dabei nicht zu sterben Das ist Nein Mach kaputt Mach ihn kaputt Sammel, sammel Ja Und auf Wir haben doch keine Zeit Lauf Lauf, mein Kleiner Lauf Und da haben wir diesen wunderschönen Handschuhe Boah Der ist schon wieder so nah dran Das muss jetzt alles hier flüssig laufen Alles muss flüssig Whee Und weiter, 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 weiter Ja, ja, hier geht's gleich wieder hoch Oh, 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 oh Oh, mein Gott, Leute Was eine Stelle Was eine Stelle Ah, hier Nein, 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 nein Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Oh Ich hab jetzt Ey, das ist Wieso? Ich denke, euch geht es auch im Grad nicht anders Also der Adrenalinspiegel von mir ist eben gerade unglaublich hoch Runter, 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 runter Oha, oha Da guckt er schon wieder so böse Lauf, mein Kleiner Prinz Lauf Und ich habe Doch, ich hab sogar noch einen Sand über Aber den will ich jetzt hier nicht benutzen Ich will's ohne Sand schaffen Ähm, 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 naja, genau Mach nochmal eine Drehung Boah, so, okay Gut, jetzt möchte ich hier gerne hoch Oder? Ich muss doch hier hoch, oder nicht? F Kann ich da überhaupt hoch? Ja, müsste ich eigentlich hochkommen So, wenn ich von hier aus Nein Genau so Ja, danke, danke Prinz, danke Okay, ich glaube, diese Spielchen müssen wir noch zweimal überleben, bevor wir überhaupt speichern können Oder auch so Ich weiß es nicht mehr Ich habe mich nur belesen, wo ich diesen Handschuh bekomme Das war's Und was bringt mir eigentlich dieser Handschuh? Er sieht toll aus, ja Das ist dein Handschuh Ich kann so hier mal kurz sein Handschuh Wamm Und man kann nichts mit ihm machen Also er schlägt damit auch nicht so oder so Äh, gibt keine Patsche Gibt da Patschenchen her Okay, Leute Wie wir ein drittes Mal voll im Flüchten CT in der nächsten Folge Ich bin Herr Lothman 86, wie spielen? Mit ein bisschen Rayman intus Ähm, bis dann Ich bin Herr Lothman Ich bin Herr Lothman Ich bin Herr Lothman Ich bin Herr Lothman